Guten Tag, heute möchte ich Ihnen einen Kriminalroman vorstellen, aber wie das heute mit gutem Kriminalroman ist, es ist auch ein Roman, der über die Gesellschaft ganz viel aussagt, in diesem Fall über die amerikanische oder die Südstaatengesellschaft in Amerika. Der Autor ist James Lee Burke, das Buch heißt Sturm über New Orleans und ich kannte den Autor, bin aber aufmerksam geworden, vor zwei, drei Monaten, war er in der Zeit, als das Buch besprochen, das auf der besten Liste den Platz Nummer eins hatte. Es ist ein Dave Robichaux-Krimi, Dave Robichaux ist ein Held, den Lee Burke in sieben oder acht Folgen schon als Helden hatte, aber dieses hier hat nochmal eine Dimension drauf. Es spielt zur Zeit, als der Hurricane Katrina über New Orleans tobte. Und es wird außerordentlich symbolisch verdichtet. Dieser Sturm über New Orleans ist gleichzeitig der Sturm, der apokalyptische Sturm, der eigentlich die alte Welt und die alten Wertvorstellungen oder die alten, nicht Wertvorstellungen, Traumvorstellungen, die man hatte, von der Big Easy New Orleans, die große Schmuddelige, hinweg und zeigt, wie verrottet eigentlich diese ganze Gesellschaft war. Das Buch ist geprägt von einem heiligen Zorn auf diese fürchterlichen Verhältnisse. Der Detektiv ist ein Weißer, der aber sehr viel Kontakte zu den Schwarzen hat und verzweifelt darüber ist, in welch entsetzlichen Umständen die jungen Schwarzen aufwachsen und wie chancenlos ihr Leben ist. Und dass eigentlich immer wieder nur Elend, Verbrechen, Drogensucht reprodiziert werden. Sein Freund ist ein Gerechtigkeitsfanatiker. Der ist nicht mehr bei der Polizei, weil er Alkoholiker ist. Der kann das Leben eigentlich auch gar nicht ertragen. Er hilft ihm aber fast bis zur Selbstaufgabe. Ich habe noch nie ein Buch gelesen, in dem ich so das Gefühl gehabt habe, ich kann es riechen, was da vorgeht. Diese Leichen, die sieht man nicht nur, sondern man sieht, wie sie im Wasser schwimmen mit aufgedunsenen Bäuchen. Man riecht die Fäulnis, man riecht den Mo oder den Motter. Und das Ganze ist natürlich immer auch eine Metapher für diese verrottete, kaputte Gesellschaft. Die Politiker bekommen, vor allem der Präsident Bush, bekommen ihr Fett weg, weil sie sich überhaupt nicht gekümmert haben, als der Sturm ausgebrochen ist. Es wird verglichen oder in Beziehung gesetzt noch zu Präsident, na wie heißt er, Johnson, Lyndon B. Johnson, der dann sofort da war und sagte, ich stehe für euch und ihr braucht keine Angst zu haben. Und es zeigt ihm, wie Amerika eigentlich seine Seele verloren hat. Es ist sehr hart, das ist dieser Hardcore American Detective Novel, aber es ist zutiefst menschlich. Ich habe manchmal das Gefühl, das erinnert an griechische Tragödien oder an alttestamentarische Berichte. Es ist auch, die Sprache hat auch viele Bibelzitate, Psalmen, Exodus, Buch der Richter, es wird zitiert. Dieser Detektiv hat eine Ehefrau, die mal Nonne war. Also dieses religiöse, metaphysische spielt auch mit rein. Es ist also ein außerordentlich vielschichtiger Roman. Und ich lese einfach mal auch eine Stelle wieder vor, damit sie einen Eindruck bekommen. Also die Kriminalhandlung ist so, dass in einem Haus Falschgeld und Diamanten gefunden werden. Von jungen Schwarzen, die auf Plünderung aus waren. Und da entwickelt sich dann eine Story, die direkt nichts mit dem Hurricane zu tun hat, aber durch den Hurricane eben durcheinandergewirbelt und aufgewirbelt wird. Gut, die Plünderer versuchen also mit einem Boot zu entkommen. Als der Motor ansprang, gab er Vollgas und rührte durch die Fluten, dass Kevins Leiche im Kielwasser schaukelte. An der Kreuzung donnerte er über ein totes Tier und hörte die Schraube in der Luft aufwinseln, bevor sie wieder ins Wasser tauchte. Banahe wäre er von einem NOPD-Boot voller schwerbewaffneter Kops gerammt worden. Er pflügte durch ihr Kielwasser und kurfte durch eine Querstraße in eine Gasse, wo er anhielt und die Müll- und Wäschesäcke zwischen das Sparrenberg einer Garage klemmte. Weiter vorn sah er die Lichter eines Hubschraubers, der auf dem Krankenhaustach landete. Er nahm das Gas zurück, holte tief Luft und atmete langsam aus. Er und Eddie hatten eine sichere Zufluchtstätte gefunden, einen Ort, an dem sich jemand um seinen Bruder kümmern und ihm das Leben retten konnte. Es war das Gebäude, in dem sie beide zur Welt gekommen waren. Es war fast so, als kämen sie heim. Bertrand hatte noch nie von Dantes neuntem Kreis der Hölle gehört, aber er sollte demnächst eine Führung bekommen. Im Erdgeschoss des Krankenhauses stand das Wasser fast einen Meter hoch. Die Flure waren finster, von den Lichtstrahlen der Taschenlampen einmal abgesehen, die das Personal bei sich hatte. Der stechende Geruch nach Medikamenten und menschlichen Ausscheidungen im Wasser zwang Glied dazu, sein Hemd über den Mund zu ziehen, damit er atmen konnte, ohne würgen zu müssen. Zweimal versuchte er, nach dem Weg zu fragen, aber das Personal drängte sich an ihm vorbei, als wäre er nicht da. Er gab es auf und ging nach draußen, sog die Nachtluft ein und der Schweiß in seinem Gesicht war mit einem Mal so kühl wie Eiswasser. Ja, also Sie merken, das ist ziemlich hart, das ist erschreckend, aber das sind eben alles Dinge, die sich in New Orleans während dieses Hurricanes zugetragen haben. In den Krankenhäusern fiel der Strom aus, die Generatoren gingen auch kaputt, weil sie unter Wasser standen und es herrschte wirklich Chaos in der Stadt. Und in dieser Hölle, Dantes neunter Kreis der Hölle wird erwähnt, in dieser Hölle versuchen zwei, drei Leute für Gerechtigkeit zu sorgen. Und in dieser Hölle, Dantes, drei Leute für Gerechtigkeit zu sorgen. Und die Rhe, Dantes, drei Leute, drei Leute für Gerechtigkeit zu sorgen. Vielen Dank.